Physikalisierung ist eine sehr breite Ausbildung, sehr viel in der Messtechnik, in der Erfassung von Daten und in der Auswertung von Experimenten. Das ist das Tolle daran, man ist danach eigentlich sehr breit gefächert. Man lernt in Bereichen Mechanik, Physik, Chemie und Elektronik. Wie kann ich verschiedene physikalische Größen tatsächlich messen und auswerten? Wir haben Öfen, große Öfen, wir haben natürlich auch Mikroskore, wir haben Laseranlagen, die von groß bis klein, wir haben Oberflächen, Messgeräte, da geht es im Mühlbereich. Viele Auszubildende werden solche Anlagen in ihrer Ausbildung nie sehen, die die Leute hier bei uns einfach sehen können. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Man lernt halt auch das, was einen interessiert und Chemie gehört auch zum großen Teil zur Ausbildung dazu. Gut in neue Inhalte einarbeiten. Ich mag Naturwissenschaften, deswegen habe ich mich auch für diesen Beruf entschieden. So, wenn euch das jetzt sehr gut gefallen hat, dann einfach bei uns bewerben. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch, ein Schnupperpraktikum ist möglich und dann könnt ihr euch bei uns bewerben.